Musik 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 Haben Lass ihn fallen Wo ist er? Wie weit bist du drin? Er ist tot Hau rein! Kill sein Tier Er ist einem Fallschaden gestorben Achso, okay, ich dachte mit dem Pippte Guck mal wer das war Wo ist denn der Pippte jetzt hin? Das hat übrigens echt seine Vorteile, wenn der Pippte nicht ganz so schnell ist, weil du ja dann doch irgendwie ein bisschen geplanter vorgehen kannst Wir hatten Du 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 Ist jetzt überladen Naja, alles cool Wer war das denn überhaupt? Oh, das ist ein Spieler? Der will mich grabben Ich bin bei dem Pinguin Das Problem ist ja schneller als ich Ich mach wieder nach Hause, okay? Ich mach wieder nach Hause, okay? Ich bin hier mit dem Rido Wenn du tief fliegst Charge! Charge! Guck mal, ob der Puli dabei hat Jo 1600 Puli hab schon mal eingesteckt Also, was hat er eingesteckt? Ja, gelootet von ihm Looten mal kurz, looten mal kurz Ähm, hast du schon grabben genug Speed? Eine, ja Eine, da sind noch zwei Machen wir jetzt an Metall Ja, ja Meine Viertelkette hatte ich noch Metall So nice So gut, ähm, ich hol jetzt Steine, ne? Okay Wie viel brauchen wir denn ungefähr? Äh, ich hab keine Ahnung Wir brauchen immer viel Segen Ne, ich hab 3600 Chitin gefahren Der Mama hat 3000 draus Mal zwei Also 6000 Steine 7000 Steine Irgendwas Gehst du dann auch noch Steine fahren, oder? Ich geh es per null Okay, dann Dann höre ich jetzt 7000 Steine So Äh Wie dir, äh, drei Griffe nutzen für dich auch wenn es nicht mehr, ne? Hm Hm Ich bin 3, äh, um mit Toast Bist du das? Ich nicht Der ist ein Kante Poison Pfeile geflogen auf einen Rhino mit roten Augen Ich suche den gerade jemand zu Tame Irgendwo müsste eigentlich ein Spieler sein, da war gerade so eine Giftfolge links rum, wisst ihr? Wo genau unter der Base unten? Über uns Da genau wo es Schnee anfängt, über uns Jetzt seh ich aber gerade keinen mehr Ja, vielleicht hab ich es mir auch eingebildet Ja, eingebildet habe ich es nicht, aber vielleicht hat es einen anderen Grund, meine ich Ich mach mich direkt auf den Weg wegen Perlen Das ist ein Spiellauter auch Der Pfeil ist so langsam Ne, das sind die Elfe Okay, scheiß drauf, ich konnte nämlich jetzt auf Steine Wo bist du denn? Äh, ich bin ganz oben auf dem Schneeberg Also nicht ganz ganz oben, aber relativ weit oben Was suchst du denn? Steine, Metall, Kristall Steine habe ich jetzt schon 6.000, ne 5.500 Metall habe ich schon angebracht, aber Wie hast du geholt? Ja, so 2.000 Ja, jetzt sollten wir vielleicht auch gleich ein bisschen mehr holen So, jetzt noch ein bisschen Kristalle Haben wir Öl genug? Äh, ich glaube schon durch die Also über 500 auf jeden Fall allein durch die Käpse So, ich komme jetzt nach Hause, ich habe irgendwie 8.000 Steine Mehrere tausend Kristallen Guck mal, jetzt erstmal ordentlich zu meinem Ding Pass zu machen mit den Steinen Uh, da ist ein Eisdrache Bissle wissen, ne, das würde mich mal interessieren Äh, das zweite Geil, wir können jetzt hier noch nicht teilen Da ist ein Schmuck Hier gerade aus, hoch oder was? Ja, ne, ja genau, da Da kommst du hoch Da ist die Base von den anderen Ja, das ist, hier müssen wir lang Anders geht's nicht Wo sind die Base von denen? Warte, komm kurz zu mir, dann können wir zusammen Ich sehe sie, ja Und die sind schon teilweise Sind da Pippe? Sitzen da Pippe? Ne Das sind keine Pippe, da Gerade nicht, ne Schade Ich hätte ich wegscharten können Okay, also die muss man schnell plattmachen, bei Gelegenheit brauchen wir zum Steine kaputt zu machen Wir könnten jetzt zu meinem Verhängnis werden, ne Ja, ich bin noch da Okay Was? Alles kaputt gemacht da drin Was? Ich habe da gerade 27.000 Schaden gemalt Nice Okay Da ist jemand, da ist jemand drin Beam, komm her Ja, ich bin da Komm ich nicht rein Ich lasse ich auch nicht Da ist er da, da ist er da Ja Da ist er da Ja, der hat mich gecrapped Okay Wo ist das ungefähr? In der Eishülle und dann? Einfach den Aufgang, der Aufgang Da ist er Hat mich Scrapp den Hook Na sehr gut Ich habe dich, jetzt bin ich Okay Was ist das? Soll ich werden, ich bin in Bohne Okay Ah okay, ich sehe die Hütte, hier ist eine Steinhütte Ja Käpt'n Hauptschulden, ein bisschen was kaputt Ich überlege halt, ob sich das so lohnt, da mit dem Rhino extra hinzumachen Ja, guck mal mal Die Steinhütte, die ich sehe, da ist gar nichts kaputt Ne, eben drinnen habe ich gesagt Ah, seid ihr weiter hoch? Ja, ich lauf grad hoch Okay Wo bist du das? Oh oh, eben Schau mal Lass'n Hier beim Eisberg, da sind zwei Punkte Ja, ich sage ja, eigentlich mit dem Rhino ist keine gute Idee, weil dann müssen wir kämpfen Also ich bin fast dafür, dass du wieder umdrehst Ja, jetzt zu spät, jetzt mal durchs Wasser Okay Okay Und muss ich jetzt kommen und dir helfen, oder was? Weil ich würde die mal seit ne Blumen pflücken Warte Warte Ich versuchte halt zu vom umgehen, aber ich weiß nicht, wie es aussieht Hier ist ein Riesenhaufen von denen Oh oh Also zum Narko-Berry-Farm ist es cool, das nachzufahren, aber für den Sumpf ist es einfach viel zu weit weg Und mit der Strecke wirst du abgefahren Ich bin jetzt beim Sumpf Okay Ich bin jetzt im Sumpf drin Es würde ja ausreichen, wenn einer von uns beiden seit ne Blumen nach Hause bringt Mach du fest, ich hab schon 20 Rare Flowers 26 30 Nice Okay, ich komm zu dir, das scheint effektiver zu sein Nice Ich hab aber auch schon 20 30 gesammelt 5 Rare Flowers 17 33 Angeber Du bist vom Eisberg gekommen, ne? Ja, und ich krieg grad nen Kroko an Hm Ich geh jetzt n' der möchte ich sagen Ah, ist er nicht Okay, ich bin bei den zwei Paracels Hier, bin da Boah, diese scheiße Viecher, kind die mal Oh, Chitin, oder? Oh, ein XP-Potion, nice Wo sind die? Wer? Da ist jetzt was auf mich Fliegen So So Dann leg mal los hier Jo, ich hab schon ganz viele Okay, ich hab jetzt wohl fast alle Fliegen gekillt 209 Pilze, sag ich Ja, wir brauchen aber auch ganz viele Pilze, äh, für die Pfeile Ja Mit so Grafik-Bug, Alter, was geht Oh, cool Ey, wenn du einmal im Sumpf bist, ist es zu geil mit dem Rhino, ne? Weil die sieht auch keine Sau Die kann die Viecher können, kann ein bisschen hochleveln Ich finde ich jetzt auch nicht mehr Warte mal, doch da vorne, hab ich dich noch nicht gesehen Folg den, äh, umfallenden Bäumen Ja, sieh dich Haha, jo, Alter, nice Nimm du mal die ganzen Sachen Warte, ich schmerzst du dir aus Was? Ja, ich hätte mich schon nehmen können Okay, dann nimm, 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 nimm Nimm, nimm, nimm So, ich habe die Pülze und die Blumen genommen, ne? Oh, da So, hinter dir war gerade im Püpte So, ich bringe sie jetzt nach Hause, okay, es ist echt voll Super, okay Ah, das ist ein Püpte Ah, das ist ein Püpte Hinter dir, oder was? Nee, der geht auf dich, glaub ich Ich? Na, sag grad so aus, warte mal Sei vorsichtig Da, wer da da ist, soll ich gegen den Kämpfen, oder soll ich das Zeug rausbringen? Ich versuche ein bisschen von dir abzulenken Ja Oh, scheiße, ich bin bei dir Wie kann das denn sein? So, ich müssten eigentlich abgehängt haben Also hinter mir ist er nicht mehr Gut, ich bin jetzt im Wasser drin Ich mach dann gleich die Grafik anstelle nach oben, Leute Äh, ich glaub wir hatten noch nie so viele, ähm, sedativ, ähm, machen können Also wir haben jetzt, ich guck gleich nochmal, aber ich glaub du hast über zu viel gefahren mit dem Rhino Kling Krass Das ist heftig So, ich muss jetzt irgendwie noch ein Level erreichen, so ein unterhalb Level, dann können wir die krassen Pfeile machen Dann sind wir unbelegbar Ne, sind wir nicht, aber Äh, wir können ja zur Höhle fliegen, da ein paar Fischer können Äh, welche Höhle? Gehst du in Richtung Base? Das Jedi-Höhle, oder was? Ja Könnte man machen Komm, Rhino Da müssen wir mit dem Rhino rein, also du kannst dich ja direkt hinbewegen, das mit dem Rhino, wenn du willst Ja, mach ich grad Okay, gib einfach Bescheid, wenn du da bist, weil es wichtig, dass jetzt einer von uns schnell über 90 wird, damit einer die Pfeile machen kann, deswegen So, äh Gut, ich hau die Ressourcen jetzt einfach Alter Wir haben jetzt 770 Pilze und fast 400 seidene Blumen Okay, ich mach schonmal ein paar Sedatis, ne? So, ich kann jetzt nochmal vier Sedatis machen Die brauchen wir da nicht, gar nicht, oder? Was wir haben, haben wir Okay, ich mach, ich mach erstmal Was passiert, wenn sich Rudolf tritt? Beide erstmal, ne? Rudolf, ey, du kriegst ja gute XP, also das lohnt sich Sollte ich den, dann sollte ich den dann mit dem Püpte töten, hm? Der ist direkt über unsere Dase Ja, ich komme, Sekunde Steckst du in der Wand drinnen? Soll ich alle Sedatis jetzt mitnehmen? Ich hab jetzt vier Stück Ne, ich nehm die nicht, ich nehm mal zwei, mir zwei lass ich hier, die zwei sind im Fabrikator drinnen Ja, ich komme, ja, Alter Aber ich hab nur die ganzen Blumen einstecken So kann man Ne, wenn ich sterbe, sind die weg Ja, dann tu sie nicht mehr So, ich komme Das ist gleich toll Sehr geil So Ne, ich bin direkt, äh, über uns, da wo die Brücke ist Weiße, weiße Hier an der Wand Ah, gut, Ulf? Das macht mehr hier Aber lass mir den Kill, das ging ne, klar, oder? Ja, ja, ich seh den Der ist noch nicht blutet Ich will leben, hat denn der Nicht viel Mich wird nicht überrechnen, wenn es von hin wie ein Giga kommt alle Also, hallo! Jetzt hast du den gekillt Okay, ne, gut Egal, los, bis, oder? Was willst du gehen? Ne, ja, das passt schon, oder? Warte mal Für Level Up hat es jetzt aber nicht gereicht, deswegen glaube ich Ne, ich glaub du kriegst doch kein XP Okay, ich brauche aber nicht mehr viel, ich brauche noch 3000 XP, dann habe ich Level Up Nimm Dann kann ich die Pfeile machen Ich geh einfach in den T-Rex hier, wenn ich da wisst, ja 50 Ah, hier, das geht immer schnell, ich muss noch irgendwo ein, zwei Viecher killen, oder so Ist hier irgendwo die Höhle gewesen, oder war die Buben? Da war ich oben Auf den Greifer hab ich, glaub ich, keinen Bock Das ist gar nicht Gut, euer Fest, bin defeated Oh, da ist ein Alpha-Bombut Okay, warte mal, ich brauche noch irgendwie ein Drittel, oder so, oder? Krieg ich die Spin Kommst, kommst du hier hoch? Warte mal Da ist die Eishöhle Direkt nebendran Warte mal, das ist wie noch Köln? So, ich komme Das könnte aber schon gereicht haben jetzt Nee, noch nicht ganz Eishöhle, Eishöhle Weil ich die Wölfe töte, dann hab ich Level Up Oder mein Püppel stirbt Nächstes Mal brauche ich auf jeden Fall ne Taucherflasche Sooo, Leute Ja, ich bin Level, Level 90 Nice Okay, das heißt, wir können jetzt die krassen Pfeile machen Mal gucken jetzt noch wie ein Kampombo, was der kostet, der Spaß Dann haben wir alles, Alter Dann haben wir alles, um super schnell Giga zu tamen War jetzt, wie gesagt, nicht super viel Action jetzt gewesen und so Aber ich werde das trotzdem so ein bisschen so drinnen lassen Nicht alles rausschneiden, weil es gehört halt mit dazu, Leute Und von der Vorgehensweise her war das bisher ganz Gut gewesen, so Also es hat halbwegs funktioniert So, dann muss ich die Base erstmal wieder finden Das ist eigentlich nur das größte Problem So, ne, also theoretisch könnte man da jetzt, äh, anfangen Ähm, nach Gigas zu suchen Und gleichzeitig sollten wir aber die Base mit Metall ausgleiten und mindestens ein, zwei Turrets hinsetzen Bin ich dafür Ja, ne Der Bauhof ist da drinnen Jo, ich sag mal Nicht an der hieß, finde Nicht einfach Also nicht einfach Dann zu fahren, quasi Okay Alter Find ich da nicht Da Also nicht gar nicht Ich kann das nicht schon sagen, das ist ja immer das Schlimmste Ah, cool, den Bogen kann man sogar schon machen Ein die team kann man dann noch mal wieder gebrauchen und 2700 ich denke doch so erste kompo jetzt brauchen wir die anunnaki wird wenn ich muss hier noch hinbauen kann um die lösung würde ich kann so machen und dann ging es noch mit eben das mit mir sind schmieden schiefen 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 das ist nachher von André ja okay das sah von hier aus besser aus irgendwie scheiße aber die anderen die Smithies auch scheiße gesetzt wenn ich mir so angucke guck mal ich hab die gerade beschissen gesetzt hier das sind die Pfeile drinnen machen und bevor die jemand wegreißt weißt du hässlich ist ich bin hier nach rechts nicht ein Dreckenmaumwurf da guck dir eine für mögliche Tat ach shit wir brauchen erst Metallpfeile brauchen Metallpfeile jetzt aus Prozent 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 wir sind noch die Kinder noch nicht noch nicht noch nicht aber ich bin dafür bevor wir die dass wir dann gleich um die Bester von dem Erblatt machen ja das war nicht so ja dann können wir jetzt machen oder nochmal ö Untertitelung des ZDF, 2020